Komm, sagt was gegen Abwehr, komm, sagt, komm, sagt. Ja, so zwei Torekastchen gegen Kolumbien, das ist schon, das ist schon nicht gut so. Also, ihr habt schon ein bisschen reingeschissen. Wer ist das? Wer bist du? Ich hab dich auf Fett nicht gesehen. Ah, der der zentrales, defensives Mittelfeld spielt, aber nicht nach hinten kommt. Der bist du, ne? Ich schwöre, sei nicht diese Fake. Du bist mehr bei uns Innenverteidiger als bei denen vorne. Warum chillst du bei denen? Ha? Du bist nicht von da. Du bist nicht von da. Hansi, sag mal was, der kann doch nicht so mit uns reden. Du, Leon, und du, Wolf, dich hab ich nicht vergessen, ne? Ich? Natürlich, du. Heißt doch sonst der Wolf hier? Ahu, soll ich einen Wolf rufen? Bruder, lass mich nicht ausrasten auf den Kopf. Du spielst dich vorne, na? Komm nach hinten. Wir sind ganz allein, und ihr meckert, dass wir Tore kassieren. Gegen Dias, gegen Quadrado und gegen Boré. Gegen wen müsst ihr vorne spielen, ne? Sag mal. Warum macht ihr keine Tore? Wenn wir zwei kassieren, wieso macht ihr nicht acht? Die hatten nicht mal ihren ersten Torwart drin. Keinen von denen in der Abwehr kenne ich. Keine Ahnung, was sie machen hauptberuflich. Weiß ich nicht. Wir haben vorne, Leeroy. Keine Ahnung, wie viel bist du wert? 80 Millionen? Keine Ahnung. 80 Millionen. Jamal. Ich küsse deinen Kopf, 120 Millionen. Und ich krieg kein Tor hin, gegen den zweiten Torwart. Von Kolumbien. Aber wir sind schuld. Wir sind schuld. Wenn noch einer was sagt, ich nehm jeden von euch auseinander. Jeden. In alle diese Fake, alle diese Fake. Ey. Fake, fake, fake. Keine Ahnung, wie viele Leute.